Es ist wichtig, dass Kindergärten und Schulen jetzt öffnen können. Wir haben das in Sachsen schon beschlossen und es ist ein gemeinsames Verständnis, dass die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen, von Familien, dass dieser Bildungsaspekt eine ganz zentrale Rolle hat. Außerdem geht es, glaube ich, darum, auch deutlich zu machen, es gibt Perspektiven. Es gibt die Möglichkeit, dass wir auch weitere Bereiche lockern können. Am 1. März wird das für die Friseure der Fall sein. Ich weiß, viele hätten sich das schon eher gewünscht. Aber wir wollen in Sachsen in einem gemeinsamen Geleitzug mit den Ländern bleiben. Und wir wollen auch, dass wir ab 35 Inzidenz weitere Bereiche öffnen. Dafür müssen wir uns jetzt weiter anstrengen. Das tun wir in Sachsen auch. Wir haben nur ganz wenige, aber kluge Lockerungen, die uns die Möglichkeit geben, auch in diese Bereiche vorzudringen und dann wieder mehr wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Wir müssen uns langsam vorbewegen. Wir haben durch diese sehr stringenten Maßnahmen diese zweite Welle gebrochen und haben die Inzidenz von 460 jetzt auf 75 reduziert. Aber wir wissen nicht, was passiert, wenn gewisse Bereiche wieder öffnen, wenn es mehr zu Kontakten, mehr zur Mobilität kommt. Deswegen ein Schritt nach dem anderen. Die Wirtschaftshilfen, die seit morgen auch beantragt und dann auch ausgezahlt werden, geben ein Stück weit Perspektive für diejenigen, die noch nicht öffnen können. Für die das eine bittere Entscheidung ist. Aber zu viel zu öffnen auf einmal würde das Gleiche bedeuten wie in Österreich. Die Zahlen springen nach oben und am Ende muss wieder alles zurückgenommen werden. Das ist, glaube ich, auch kein guter Rat. Die 50 ist bisher immer die absolute Obergrenze gewesen. Und es zeigt, wie sehr wir uns und wie schnell wir uns an andere Größenordnungen gewöhnen. 50, das war für uns im vergangenen Jahr klar, ist die Größenordnung. Ab der ist es kaum noch möglich für ein Gesundheitsamt Kontakte nachzuvollziehen. Und ab dann hätten eigentlich wirklich richtig dramatische Einschränkungen passieren müssen. Wir wissen, dass wenn man zu lange wartet, und das haben wir auch erlebt, die Zahlen immer weiter nach oben gehen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Die 35 steht auch schon seit einer langen Zeit im Gesetzblatt. Uns ist eigentlich die Größenordnung, ab der Großveranstaltungen und auch Kulturveranstaltungen nicht mehr möglich sein sollten, weil ab dann auch dort ganz klar zu erkennen war, wenn man 35 überschritten ist, ist der Weg zu 50 nicht mehr weit. Und deswegen, wenn wir wollen, dass mehr gesellschaftliches Leben, mehr wirtschaftliches Leben im Einzelhandel, in der Gastronomie möglich ist, müssen wir diese 35 unterschreiben. Und wenn wir uns anschauen, was wir in den vergangenen zwei Monaten erreicht haben, von 460 auf jetzt 75, sieht man auch, es ist möglich, wenn wir uns sehr kontrolliert und diszipliniert verhalten. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie sich diese ganz veränderte Mobilität, die viel mehr Kontakten, die zwischen Menschen entstehen, auswirken. Und wir werden Anfang März entscheiden, wie es dann weitergeht. 15-Kilometer-Radius ist für uns alle nachvollziehbar und klar gewesen. Jeder weiß, wo die Grenze ungefähr ist. Und deswegen haben wir diese Bilder, die es in anderen Bundesländern gibt, alle Menschen zusammen auf einem Skihang oder Rodelhang im Wesentlichen verhindert. Das ist anstrengend und auch nervig, aber wirkungsvoll gewesen. Wir haben uns vorgenommen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte in Zukunft alleine entscheiden können, wenn die Inzidenz von 100 unterschritten ist. Ob sie dieses Instrument in Zukunft brauchen. Das Gleiche gilt für die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Auch hier bekommen die Landkreise und kreisfreie Städte mehr Möglichkeiten, das selbst zu entscheiden. Die Gastronomie und die Hotellerie werden nicht am Anfang der Lockerungen dabei sein. Das muss man so deutlich aussprechen. Ein Stück weit ist Perspektive geschaffen worden, dass der niedrige Mehrwertsteuersatz jetzt bis Ende 2022 beibehalten wird. Damit auch das Signal, wenn es wieder weitergeht, wird es auch leichter sein, ein Stück weit Ertrag zu erwirtschaften. Aber wann das der Fall ist, können wir heute noch nicht sagen. Wir wissen, es wird nicht vor Ostern sein. Wir haben in der Gastronomie den Abholservice. An dem wird sich nichts ändern. Und ansonsten müssen wir genau schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Für das Grenzregime zu Polen und Tschechien haben wir das getan, was wir auch in anderen Bereichen gemacht haben. Versucht, immer weiter die Sache zu fassen. Die Grenze ist ja geschlossen. Diejenigen, die sich ohne triftigen Grund ins Nachbarland begeben, und das ist im Grunde genommen nur noch der Bereich der Arbeit, müssen danach zehn Tage in Quarantäne gehen. Das Ganze wird auch kontrolliert. Und ich muss auch sagen, es wird in der Zukunft noch viel stärker kontrolliert. werden müssen, denn in Tschechien gibt es ein großes Infektionsgeschehen. Es gibt diese Mutation, die in Größenordnung auftritt. Deswegen müssen wir hier nachsteuern. In Zukunft wird es nur noch in ganz, ganz wenigen ausgewählten Bereichen möglich sein, Grenze zu übertreten. Und dann auch nur, wenn ganz konsequent jeden Tag getestet wird. Vorher, wenn wir hier in der Zukunft noch in der Zukunft kommen, ich muss auch aufpassen, wenn wir hier mal in der Zukunft kommen. In der Zukunft werden wir hier in der Zukunft kommen. Wir müssen hier in der Zukunft kommen.